Pietro Lombardi, 30, ist völlig im Babyfieber. Dass der Sänger ein Papa mit Leib und Seele ist, stellt er immer wieder im Umgang mit seinem Sohn Alessio, 7, unter Beweis. Der Kleine stammt aus der Ehe mit Sarah Engels, 29. Jetzt erwartet seine neue Freundin Laura Maria Rüper, 26, ihr erstes gemeinsames Kind, und der Sänger könnte nicht glücklicher darüber sein. Als er von den News erfahren hat, konnte Pietro es erst gar nicht glauben. Pietro wollte unbedingt, so schnell es geht, noch ein zweites Kind, die beiden verhüteten nicht, trotzdem kam die Nachricht der Schwangerschaft für ihn überraschend. Wenn es dann soweit ist, dann denkt man sich, krass, jetzt werde ich wieder Papa, berichtete er im RTL-Interview überglücklich. Um das zu realisieren, habe er dann drei bis vier Tage gebraucht. Dann haben wir nochmal 70 Tests gemacht, um sicherzugehen, dass es auch wirklich so ist, erzählte der DSDS-Sieger von 2011 weiter. Wann sein zweites Kind genau zur Welt kommen wird, wollte Pietro noch nicht verraten, aktuell sei das Baby aber so groß wie eine Avocado, was für das Ende des vierten Schwangerschaftmonats spricht. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß der Musiker allerdings selbst auch noch nicht. Er tippt auf ein Mädchen, während seine Liebste die Geburt eines Jungen vermutet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017